ja halli hallöchen und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer nächsten folge von fallout 4 und in einer neuen aufnahmesession ihr liebe leute von heute ihr seht hier in so genannten bergwerk dann mit spores eigentlich schon richtig zu ziemlich am ende ja ja was gibt es da zu machen wie viel gewicht habe ich eigentlich da lasst mich mal wieder reinkommen ein bisschen ja noch genug was nö ja 290 ich habe kein gewicht mehr leute ich habe kein gewicht mehr ich kann kein nichts mehr tragen ja da kommen feinde und das ist nicht ohne servas so bradley ramon so wie oft werde ich da jetzt sterben leute das ist das ist einmal die frage wie oft ich da sterben wert so drei stimpaks leute hilfe es redelt es radelt da extrem so der sind über leute fertig tschüss es radelt da wo leute ich bin fast tot kronkorken leute es ist wirklich nicht ohne ich schwörs euch so ist er fertig was ein silbermedaillon leute ich bin fertig oder was cool da ist noch so ein komischer team schutz hat er hat sich fetzgepackt ihr lieb weg mit der team schutz jack er wird geshootet leute haha super fertig leute ja nö nicht trinken nö nicht trinken etwas sagt mir dieses loch sollte nicht da sein leute ich will den haben ja den kriege ich nicht mehr ich wollte ihn ausnehmen leute ha so leute ich würde 100 meilen weit gehen wenn ich wüsste dass am ende ein haufen kronkorken auf mich wartet ist das fertig jetzt oder was oder was wichtig also folgendes es ist einmal ganz wichtig äh dass ich einmal einkaufen gehe ja es ist einfach so ähm so ja das sind eigentlich schon fährt bin ich schon ja ist der erst untergegangen das ist doof dass er da drin ist ich hoffe nicht dass ich etwas wichtiges von ihm bekommen hätte ich bin nicht ich bin nicht du das ist nicht ich bin der Ich bin ja eigentlich fertig. Wir sind da. Hey, schau doch mal. Lieb. Ja, wir sollten schleunigst weg von hier. Jetzt gleich wird dieser Ort gefällt mir gar nicht. Wir sollten nicht hier sein. Das ist ein wahres Wort. Gut gesprochen, lieber McGrady. Ja, da kann ich jetzt nichts weiteres mehr machen. Grüner Lumpenhut. Nö, Leute. Ja, gehen wir einfach raus aus dem Grund, weil es ist sowieso... Was hält mich hier noch? Giftmischer, Laser, Scharfschützen. Was ist das? Aha. Das Ziel ist für 10 Sekunden vergiftet. Nehmen. Kann ich mal laufen. Haha. Ja, weggeben was, ne? Schrott zum Beispiel. Ja, ja, ja. Also, was gebe ich weg? Diese Zähne hier. Ablegen. Weg damit. Wie viel bin ich voll? Ja, eh nicht so viel. Zahnräder. Diverses. Kleidung. Bergbauhelm. Weg. Bergbauhelm. Weg. Ja, fertig. Waffen. Fertig. Ah, cool. Jetzt habe ich Giftmischer, Waffe-Dingsbums hier. Ich gehe wieder zurück, Leute. Ich muss raus. Abraxo-Putzmittel. Ich schaue, was ich noch looten kann. Nehme ich. Schrotpatronen. Die wiegen nix. Babyrastl. Wahnsinn, echt. Plastikmesser. Plastikkabel. So, Leute. Ich gehe mal zurück. Ich will weg hier. Ja, wenn ich draußen bin, nehme ich right away. Genau. Ja, also in dieser Aufnahmesitzung schaue ich, dass ich ein bisschen was schaffe. Ich habe da nämlich einiges vor, Leute. Ja, so ist das, ne? Und zwar werde ich, will ich, möchte ich, einen guten, gewissen Tipps umsetzen, die ich von einem ganz lieben Typen bekommen habe. Aber ja, ähm, zocken bis der Arzt kommt. Hallo. Ich werde nämlich, äh, folgende Dinge machen. Zwei Dinge. Erstens, soll es neben Dunwich Boras, was ist da? Neben Dunwich Boras soll es nämlich eine, ähm, eine gewisse Sache geben. Und zwar, die heißt Hugus, was? Äh, unglaublich. Äh, ja, Hugus irgendwas, ja? Und, da drin soll ich was finden, was ich fürs leuchtende Meer brauche. Dann gehe ich auch zum leuchtenden Meer, ja. Das mache ich. Ja, das sind die zwei Sachen, die ich versuche umzusetzen. Ich gehe mal raus hier. Ich will nicht mehr da sein. Hm. Ähm, ich, also diese zwei Sachen möchte ich versuchen mal umzusetzen. Genau, da geht's nach, was ist denn das eigentlich? Also nö, das ist nur das Licht, oder was? Äh, ich bin eigentlich hier fertig. Also, ich kann eh immer wieder herkommen. Ich hoffe nicht, dass ich wieder spawnen. Oh. Ah. Ich will raus hier. Äh, da. Da geht's nach draußen, Leute. Come on, Wels. Mein Kaffee genießen. Jetzt hackt's wahrscheinlich wieder. Natürlich, logisch, Leute. Hä. So, komm doch. Es lädt wieder fünf Jahre. Ja, es tut mir leid, wenn's so lang lädt. Das ist nicht meine Absicht, auf jeden Fall. So, meine Lieben. Dann geht's weiter. Ich marschiere hier. Ja, wieder rauf. Das haben sich alle wieder gespawnt. Das wäre blöd. Äh, ja. Ähm, ja. Ich gehe nämlich... Irgendwie schaue ich mich da jetzt noch weiter um. Da geht's rauf, genau. So. Weiter nach oben. Kochplatte. Ah, da, da, da habe ich mich entlootet. Genau, weil ich voll war. Ah, Kronkorken. Leute, schaut mal. So, also, wo soll das sein, Leute? Wo soll das jetzt sein mit diesem Hugo? Hugo, Hugo, wo bist du? Irgendwo soll da was mit Hugos sein. Jetzt kann ich Radaway nehmen. So, Radaway. Radaway. So, speichern mal. Irgendwo soll Hugosloch, genau, soll es ausheißen. Hugosloch sein. Der soll irgendwo da sein. Neben dieser... diesen Darmwitzporas. Hugosloch. Äh, da wo? Nördlich, südlich, westlich, östlich. Also, hm. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo, dass dieses Hugosloch sein soll. Vielleicht. Karte. Darmwitzporas. Darmwitzporas. Hupsette. Autoverschrottung. Saugos Ironworks. Tiernanstalt. Landhaus an der Küste. Trainingsgelände. County Crossing. Also, es steht auch nicht irgendwie angeschrieben oder so. Autoverschrottung. Saugos Ironworks. Kann ich ja gar nicht. Easy City Towns, River Beach, County Crossing. Trainingsgelände der Nationalgarde. Boah, das ist Wahnsinn. Also, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich gehe irgendwo mal hin, ja. Ich gehe mal irgendwo hin. Hugosloch. Weil da soll es nämlich einen Strahlenschutzanzug geben. Was ist das da? Und den bräuchte ich unbedingt. Oder wäre besser, wenn ich den hätte für das strahlende Meer. Leuchtendes Meer, Entschuldigung. Ich laufe da jetzt durch die Gegend. Ist mir egal. Hugosloch, wo bist du? Ja, ich werde da verkaufen gehen. Das bringt sich jetzt nicht, wenn ich zum Hugosloch gehe. Ich kann eh verkaufen oder irgendwas. Wäre nur toll, wenn ich es entdecken würde. Damit, dass ich wieder hinreisen könnte. Hugosloch. Wo ist Hugosloch? Das da? Nö, das ist da. Bin ich ja wieder im Dunwich-Bowl. Das da. Ja. Schauen wir mal. Gehen wir mal da weiter. Vielleicht ist da irgendwo Hugosloch. Hugosloch. Das klingt so komisch. Hugosloch, Leute. Und die verzweifelte Suche nach dem Loch von Hugo. Ach, Wahnsinn. Ja, aber ich werde jetzt da nicht die restliche Folge da nur hin. Äh, durchmarschieren irgendwo. Ich möchte verkaufen, damit ich wieder Platz habe. Ich brauche Geld. Ich brauche ihn monetisieren, Leute. Uah! Süß. Zack. Blutkäfer. So, ist da noch ein Käfer? Ja, ich kann eh nicht mehr looten, Leute. Was ist denn das? Hugosloch? Was ist das? Wahrscheinlich habe ich schon hingeschaut, dort. Da drüben wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ah, ist das das? Ist das die Hexerei, oder? Da war ich schon. Hugosloch. Ja, ist egal jetzt. Uah! Da ist Museum der Hex... Ja, da ist Museum der Hexerei, Leute. So. Egal. Ich schaue nachher dann wieder da her. Hä? Liefer das Ei aus. Diamond City. Ich werde mal nach Diamond City reisen, Leute. Jetzt hakt es wieder. Immer so. Meistens. Ich hoffe nicht. Ja, hier wieder am Montag, Leute. Und unter der Woche. Hin und wieder mal. Kommt eine Folge unter der Woche auch raus. Wie lange diese Session jetzt geht, weiß ich nicht. Ja, einige Folgen wird schon gehen. Ich, äh... Hilf bei der Verteidigung von Abernethy Farm. Was? Was war da jetzt? So, Leute. Ich verkaufe mal. Ja, endlich die Verstrahlung weg, oder was? Du bleibst da. Doc, hast du wieder was? Hallo. Das ist hoffentlich ein Notfall. Ja, ist ein Notfall, ich will handeln. Ich bin arzt. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Ich schätze... Ja, der hat wahrscheinlich kein Geld mehr. Ich habe ihn letztens alles weggenommen. Ja, 340 hat er. So, schauen wir mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh weg. Fusionszellen, ich brauche Fusionszellen, Leute. Gesprungenes Todeskrallen-Ei. Das ist das gesprungene. Das will ich auf jeden Fall, das kann ich ja verkaufen. Gleisbolzen, Krogner, der Barbar, grünes Gannerhalsduch, gut Zeug. Impopistole. Weg. Kampfmesser. Kampffrüstung, Hanisch, Karotte. Kupfer, lasse ich mal. Lasergewehr. Ah, genau. Ich habe mein Lasergewehr, ja, meine optimierte. Kann das sein? Wo ist denn das jetzt schnell? Laserpistole. Da. Lasergewehr, das kann ich weggeben. Stimpbox brauche ich. Medix, Metalrüstung, linker Arm. 28. Gib mir mal Stimpbox, hast du welche? Wäre toll, wenn du wieder Stimpbox... Ja, natürlich. Gib mir mal fünf Stimpbox. Ja, das Ganze verkaufen. Lukas Schere weg. Psycho 2 weg. Raketenwerfer, einer weg. Schmutzige Armeeuniform. Leute, jawohl! Ich kriege wieder was von ihm. Schrotpatrone, alles weg hier. Silbermedaillon. Splitterkrononi. Kann ich ihm alles verkaufen. Stachelrüstung. Was für eine Rüstung habe ich eigentlich an, Leute? Ich schaue mal. Todeskrallfleisch. Haut. Klaue. Vergoldene Sturmfeuerzeug. Zahnräder. Das ist gut. Schaden 3. Äh. Was? Achso, vergiften 3. Und Schaden 42. Lass ich. Optimierte Laserpisode. Das ist meine. Kampfrüstung. Weg. Gehärtet und Panzerbrechend. Kompensiert. Schaden 18 nur. 10mm Patronen. Weg damit. Kampfgewehr weg. Eines. Jagdgewehr. Mit Leuchtvisier. Performiert. Impro Repetier. Boah. Impro Repetierpistole. 50er Munition. Lass ich mir auch, Leute. Ich weiß, das hat kein Geld mehr. Aber ich kaufe eh Stimmbucks. Impro Repetierpistole. So. So. Du gibst mir jetzt ein paar. Wieder ein paar Stimmbucks. Gib mir alles, was du hast. Gib her. so das muss ich was verkaufen sicherung verkaufen die ganze sicherungen superkleber weg ich habe glaube ich so viel superkleber ich habe aber ich brauche munich leute laser scharfschützen optimierte laserpistole das ist meine ist das jagdgewehr 45 114 da habe ich 300 822 kampfgewehr weg 33 schaden 37 schaden weg ja leider aber ich nehme eine neue wocht so fertig annehmen so habe ich keine konkurrenzen leute so nehmen wir eine andere waffe leute an den start so meine lieben folge ist aber schon vorbei zur kleidung zum bleistift ich habe eine sp uniform 10 10 10 hat das 10 12 0 strahlung ich nehme die stachelrüstung leute schutz 10 14 gewicht 4 gewicht silber schrauthut leute waffen habe ich gerade ich werde optimierte laserpistole zb die 50er ich muss mal 50er patronen kaufen scharfschützengewehr gebündelt laserpistole das ist meine die werde ich mir mal nehmen so ich werde aber da jetzt einmal schnell speichern und dann in der nächsten folge weitermachen wann es kommt kann ich jetzt noch nicht sagen dankeschön fürs zuschauen wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder nächsten montag ganz fix aber unter dieser woche dann sicher auch noch sage dankeschön game over und ciao